Ich unterstütze nun an den FM-Kompakt-Radiotagen sowie für die Meldungen und Infos für FM-Kompakt. Allen voran war es erneut hier mit Rüger, der mich mit hochinteressantem News verfolgt hat. Ich fühle mich gut, dass FM-H mittlerweile keine Volumenschule mehr ist, sondern dank eurer Hilfe auf mehreren Schülern von Heilbürochen. Wie zum Beispiel FM-Kompakt im Radio. Kuhnus Haufenbach, lieber, unser Programm und die Specials auf laut, im Zufall präsentiert und zusammenstellt. Kuhnumachty mit unglaublich Herzblut und Freude. Kuhnus Haufenbach, lieber, ganz herzlich begeistert in der Herbstarbeit. Nicht vergessen zu erwähnen, möchte ich, dass ich Mike Anderson zum Jahresende als Moderator des RMFG Medienmagazin verabschiedet. Gleich im Namen aller Radiofreunde, vielen Dank für die tollen Medienfindungen, die du ihm über viele Jahre geschenkt hast. Mike Anderson wird jedoch weiter radioaktiv bleiben, sieht er leider bei der Radioaktiv-Kompakt. Das verpasste Radio wird er im kommenden Jahr drei Sende dafür live moderieren. Ein Fahrer vom 30-jährigen RT4 bzw. RTO und ein weiterer Kompakt im Teil von 16. Das Wettradio hört ihr unter laut.dech.dech.de. Mit dem Sign-Off zum Beispiel auch eine weitere Ära zu Ende. Bei dem Mercedes Medienmagazin wird zum Jahresende in der siebjährigen Kompakt eingestellt. Ab Januar 2017 wird das bisherige RMFG Medienmagazin einen neuen Namen bekommen. Es nennt sich Abschluss aus dem Wahre-Magazin, die Sendung von Radiofreunden für Radiofreunde. Danke, der von unseren Kuno Taufenbach moderiert und dank der Zuarbeit bekannter und verbraucher Stimmen 14-tägig auf Sendung gehen. Weitere Informationen rund um das neue FMK-Radio-Magazin über die FM-Kompakt-Radio-Tage sowie aktuelle Medien-News und Stolz-Radio-Erinnerungen findet ihr auch im neuen Jahr auf FM-Kompakt-Facebook bzw. auf FM-Kompakt.de. Über diese Quellen erfahrt ihr übrigens auch den Sendeplan von FM-Kompakt mit vielen Specials und Sondersendungen zwischen den Jahren. All das und vieles mehr gibt es auf der bekannten Stream-Adresse laut.fm.de. Ich wünsche allen Hörern und Lesern frohe Weihnachten einen guten Start in ein gesundes, glückliches und vor allem auch friedliches 2017. im neuen Jahr wird es von FM-Kompakt ein Web-Radio zu Ansagen und Kennern der Südtiroler Pionierstationen geben. Lasst euch überraschen. Also, wir hören uns. Vielen Dank für's Zuhören. Aufgrund dieser engen Kooperation ist es uns unter anderem nämlich immer wieder interessante Beiträge oder komplette Sendungen von dort zu übernehmen. Wohlfahrern hat FM-Kompakt mit einem exklusiven Beitrag über einer Reise nach China zusammengestellt. Hallo liebe Radios Freunde. Nehmt einen übliche Sitzfall nun ein. Dank einer kurzen Panorama in der Media-Manier möchte nun einen Beitrag von Wohlfahrern. Ich bin aus Audi. Und jetzt, ich habe mich bereits drei Gärter aus meinem drei Gärtner fassenden chinesischen Sprachsatz. Herr Wien, Herr Wien, Herr Wiener sagt Guten Tag aus dem britischen Studio in Wien. Und wie die Beantwortung vermuten lässt, komme ich zu einem kurzen Aufenthalt im China zurück, den der österreichische Journalistenclub gemeinsam mit der China Radio international organisiert hatte Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Vielen Dank. Vielen Dank.